Servus, die Viener Kapitale hat mit 6-1 gespielt. Wie war es das Spiel von Ihrer Sicht? Es war ein super Spiel heute. In der ersten Saison kamen wir mit dem Flugzeug aus. Ich dachte, dass wir alle involviert sind. Wir waren auf dem Puck, wir waren physikalisch. Wir machen die Spiels, wir spielen gut defensiv. Ich denke, heute Abend, ich mag das Spiel wirklich. In den ersten 25 Minuten haben Ihr Team dominiert, wie es nie gesehen hat. War das vielleicht der beste Hockey der Saison? Es war ein guter Spiel. Wir haben ein guter Spiel gehabt. Aber es ist schon lange, seit wir ein Spiel wie dieses Spiel hatten. Ich wollte uns heute wieder zurückkehren. Wir verlieren am Freitag. Es gab keine Disrespect für VILAG. Aber für uns wollen wir hier auf der gewinnen Seite zurückkommen. Ich denke, dass wir das gemacht haben. Die Leute antworten sehr gut. Was war die Schlage? War es die Antwort? War es die Angst? Was war das für die Loss von Freitag? Ich denke, es ist einfach. Es geht um zu zeigen, dass wenn du nicht so hart wie du sollst, dann wirst du Hockey-Games gewinnen. Das ist das, was am Freitag. Heute Abend haben wir hart gearbeitet. Wir haben die Spiel, unser Power-Player klickte. Und dann haben wir die Hockey-Games gewonnen. Wir müssen es verstehen, dass wir das jetzt auf jeden Fall bringen. Die ersten 44-Games in der Saison sind in den Büchern. Wie würdest du es sagen? Es war sehr positiv. Ich denke, dass wir eine sehr gute, regularische Saison hatten. Aber unsere Konsistenz hat nicht gewonnen. Wir wollen uns da sein. Es gibt noch viel Platz für die Größe. Wir werden jetzt das Pick-Round benutzen, um sicherzustellen, dass wir auf dem Spiel für die Spiel. Die Veränderungen? Es ist nur ein kleines Margin. Oder würde man sagen, dass es noch eine große Gap gibt? Nein, es sind kleine Dinge. Ich denke, es sind die kleine Details, die auch zu großartig sind. Und ich denke, dass diese Details, wir vielleicht nicht so gut gemacht haben, wie wir das Jahr haben. Aber heute Abend, die Leute haben mir wieder gezeigt, dass es da ist. Sie wissen es. Es ist nur eine Sache, dass wir das machen. Wir machen es auf jeden Fall. Was haben wir für die nächsten paar Tage? Wir machen es morgen Abend ab. Wir machen es morgen Abend, und wir kommen wieder auf den Rhein am Dienstag am Morgen für ein Workout. Wir kommen wieder auf den Eis. Wir sind bereit für den Freitag. Wie stark und wie wichtig auch das Spiel für uns ist. Wir haben gewusst, dass die Werner Capitals eine große Qualität in der Mannschaft haben. Dass sie nach der Niederlage reagieren werden. Auf das waren wir eigentlich eingestellt. Aber wie gesagt, wir waren überhaupt nicht bereit. Es hat gar nichts zum Holen gegeben. Die ersten 25 Minuten waren ehrlich gesagt besorgniserregend. Die zweiten 35 Minuten, da hat man sich gewehrt. Da hat man dagegen gehalten. Auf was baut man da als Trainer auf? Den Knüppel aus dem Sack wegen der ersten Phase? Oder auch positive Worte finden wegen der zweiten Phase? Ja, ich habe in den letzten sechs, sieben Wochen schon mehrere verschiedene Sachen versucht. Hort, Konsequenzen, positiv. Natürlich an die Mannschaft glauben. Ich habe verschiedene Varianten versucht. Das ist natürlich das Gesicht von unserer Mannschaft im Heidigenjahr. Dass wir Phasen haben, wo wir ein gutes Eis gespielen, so wie am Freitag, wo wir dagegen halten können. Und dann sieht man natürlich wieder so ein Spiel, das zu vergessen ist. Was kann man jetzt noch tun, bevor die Quali-Runde startet? Es ist nur ganz kurz Zeit. Und man hat jetzt eine sportlich, lass es mich salopp sagen, eine sehr schwere Aufgabe vor sich. Eine schwere Aufgabe ist okay. Ich glaube, das ist eine neue Herausforderung für uns. Es ist eine neue Chance für uns. Wir können in der Qualifikation trotzdem durchstarten. Wir wollen stark beginnen. Wir wollen konzentriert ins Spiel reingehen. Und an unsere Chancen glauben, auch wenn es schwierig ist. Auch wenn das natürlich wieder ein Wake-up-Call war für uns, das Spiel in Wien. Aber das gehört zum Sport dazu, dass man abschalten muss. Und dass man trotzdem positiv in die Zukunft schauen muss. Wie lange beschäftigt dich das als Trainer ein solches Spiel wie heute? Wie lange nagt das an dir? Ich persönlich habe ja nicht allzu viel Zeit. Ich muss natürlich das analysieren. Objektiv analysieren. Vielleicht ein paar Veränderungen vornehmen. Aber bis Freitag haben wir nicht viel Zeit. Da müssen wir uns vorbereiten auf unseren Gegner. Und das ist noch das Wichtigste. David Kickert mit seiner starken Performance gibt Hoffnung, oder? Ja, wir haben zwei starke Goals. Dort haben wir eigentlich ein Luxusproblem. Das ist schlimm. Aber der David Kickert war mit Hoffnung unser bester Mann. Und trotzdem haben wir 6-1 verloren. Also ohne ihn wäre es wahrscheinlich noch schlimmer ausgegangen. Letzte Frage, Markus. Am Ende schafft der VSV die Play-Off-Qualifikation. Weil? Weil wir daran glauben und weil wir weiter kämpfen werden. Herzlichen Glückwunsch! Der Wiener Capitals bietet VSV. 6 Goals zu 1. Wie würdest du das Spiel beantworten? Wie war es von Japan dafür? Ich würde sagen, es war wirklich gut von Anfang an. Wir hatten einen schweren Spiel gegen Vlach. Das Spiel vorhin. Und für uns, wir mussten einfach zurück nach Wiener Capitals Hockey kommen. Also für uns, eine wirklich solidere Leistung zu haben. Das war sehr wichtig für uns. Und ich denke, das hat auf dem Scoreboard gezeigt. Aber auch in anderen Bereichen. Wir hatten viele Schätze. Und wir haben viele Penalte. Es war einfach ein guter Team-Win. Und es war sehr schön, dass wir das Gefühl zurück in der Raum bekommen. Wir haben uns ein bisschen zu den ersten 25 Minuten. Das war der Offensiv-Power-Hockey-Asset-Finals. Wie war es für dich als Spieler? Es war gut. Das ist so, wie du spielen möchtest. Als Vorwärter. Unsere Aufgabe ist es, eine Offensivität zu schaffen. Und wenn du das kannst, das macht das Spiel so leichter. Es gibt viel hartes Arbeit. Und vielleicht durch die letzten paar Spiele und für den letzten Zeitpunkt, vielleicht haben wir diese Geschwindigkeit nicht benutzt. Und wir machen die Spiele, die wir können. Und heute Abend, diese Spiele sind definitiv passiert. Und wir haben viel gemacht. Es ist schön, dass wir das gute Gefühl zurückkommen haben. Die Spiele haben gesagt, es war eine Antwort auf den Freitag. Wie war es für heute? Wie war es für heute? Und wie groß ist ein Thema für den Freitag? Wie war es für den Freitag? Du kannst nicht zu hoch und zu hoch. Das ist ein Teil des Hockey. Du wirst nicht alle Spiele gewinnen. Und hoffentlich nicht alle Spiele verlieren. Aber von unserer Perspektive, wir erwarten viel. Und die Spiele erwarten viel. Und die Spieler erwarten viel. Wir erwarten, in den Spiele zu gewinnen, dass wir uns die Chance gewinnen, und ich glaube nicht, dass wir das gemacht haben. Aber auf dem Freitag und zu kommen, mit einer besseren Leistung, ist das, was wir mussten machen. Und das ist das, was wir gemacht haben. Und in die Pick-Runde, die letzten paar Spiele hier nicht wirklich bedeuten, oder nicht bedeuten, für uns in den Ständen. Aber wenn wir das überlegen, das überlegen, das wir brauchen, und was wir gemacht haben, ich denke, das überlegen, was wir in die Pick-Runde machen können. Und wir wissen, dass Hockey sehr schwierig wird, und alle kämpfen für die Top-Spiele zu bekommen, wenn wir in die Spiel-Runde gehen. Das war heute Abend für uns. Es war eine lange Saison, aber gleichzeitig, es war heute Abend für uns, dass die Pick-Runde gerade in der Mitte ist, und wir müssen uns selbst gut fühlen, um uns selbst zu sein. Am Ende der regularer Saison wird es sehr heiß. Wie würdest du deine Leistung und wie würdest du deine Formen Wie würdest du deine Formen Ich fühle mich ziemlich gut. und es gibt immer noch und es gibt immer noch die Saison. Ich fühle mich gut, und ich fühle mich gut. Aber das ist ein Teil von einem Athletiker. Du kannst nicht immer fühlen, aber du kannst nicht immer fühlen, also wenn du das in zwischen und du kannst, wenn du das gut fühlst, und du kannst das maximisieren, dann musst du das machen. Es ist toll, dass ich jetzt ein gutes Spiel zu haben, und ich hoffe, dass ich das in der Pick-Runde habe. 44 Spiele, der regularer Saison ist in den Büchern. Wie würdest du es summarize? Ich denke, ein tolles Start, wie alle gesehen haben. Nach dem Ende hatten wir einige Probleme um unsere Spiel wieder Für uns, wir waren so erfolgreich und wissen wir das Spiel, wie wir spielen können. Wir haben viele die gleichen Leute, mit ein paar neue Leute da. Für uns, das ist frustrierend, wenn wir wissen das Potenzial, das wir haben in unserem Team. Ein Spiel wie heute war, wir haben das gleiche Team, und wir haben das komplett anders gewonnen. Für uns, es ist einfach wie wir spielen können, und das gut das Gefühl, wenn wir spielen können, und es macht es besser für alle. Wir wissen, wir wissen, wir wissen, wir wissen, wir wissen, dass wir das gleiche machen können. Es geht darum, dass wir das gut gemacht haben, dass wir das gut gemacht haben, und wir wissen, wir wissen, nicht immer in unsere favour, aber in der Ende, wir wissen, wir wissen, wir wissen, wir wissen, wir wissen, in our favour.